Was heißt Stumpf weg? Tja, erst ist dieser Stumpf dran und dann buddeln wir den aus. Wir stellen Stühle auf, ihr Kinder können spielen. Und die Damen können zugucken, wie wir ins Schwitzen kommen. Nicht wahr, Ladies? Genau so stellen wir uns das vor. Ja! Jetzt geht's richtig los! Ah! Was wollen wir spielen? Oh, ich weiß, wir eröffnen ein Nadelstudio auf diesem Baumstumpf. Ja! Dad, den Baumstumpf hier brauchen wir für das Nadelstudio, das wir gleich eröffnen werden. Kein Ding, Louis, aber nur bis wir mit dem Stumpf hier fertig sind, okay? Okay! Weil danach kommen wir und dann ist der da dran. Ja. Also ist bei dir angekommen, dass wir nachher kommen werden und dann auch den Baumstumpf da wegmachen werden? Ja, ist doch ganz klar. Denn es heißt Stumpf weg und das ist ein Stumpf. Ja klar, Stumpf weg. Okay, dann können wir endlich eröffnen. Hurra! Ach, das ist ganz wunderhübsch. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich sag doch, der Laden ist genau der richtige. Kommt bald wieder. Wir brauchen noch viel mehr Kunden. Dad, kannst du mal kurz unser Kunde sein? Nee, Stumpf! Halt ja! Du hast ihn gleich raus! Du hast ihn gleich raus! Ja! 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 Nimm das, du Stumpf, du! Dann machen wir unsere Füße schön. Okay. Und, heute noch viel vor? Nein. Oh, das ist wirklich interessant. Hi! Oh, Hallöchen! Seid ihr für eine schöne Maniküre gekommen? Naja, nein, wir sind nicht für eine Maniküre gekommen. Wir wollen an den Stumpf ran. Was ich ja bereits angekündigt hatte. Entschuldige mal, ich höre gerade zum allerersten Mal davon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.